Guten Tag und Willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit mir, Dacra. Überleben endlos wird gleich gespielt. So. Und dich. Au. Okay. Hier eine. Oh, ich werde angeschrieben in Steam. We're coming. We're coming. Brains. Ja, das war etwas zu lange. Mit den Maiskanonen hier eine, hier eine, hier eine. Soll ich das so machen? Ja. Ja. Habe ich am Ende schön viele. Also hier zwei, hier zwei, hier zwei. Habe ich sechs Stück. Ich glaube, ich mache das. Komm, 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 komm. Braa. Oh. Irgendwie ist gerade der Auffahr total im Arsch. Ich vergesse total auf die Sonnenblumen zu bauen. Bläh. So. Dichtig. Dich, dich. Dusch, dusch. los jetzt auf dem Wasser ja, ich pflanze da mal Dubbinatoren erstmal hin die kommen aber später weg ich pflanze da auch nur wenige hin dann mache ich hier zuerst die Hochwalnüsse ah, jetzt fällt es scheiße ich kann ja hier gar nicht so viele von den Maiskanonen bauen oder? weil wenn hier dann so Zombies erscheinen, ist das richtig kacke so ach, das war schlecht das war echt schlecht von mir ah, dann fällt kacke ich das eben früh Mann, wegen den Maiskanonen hier einen, hier ja, wenn die hier sind dann, hier kommen doch immer Zombies aus dem Wasser ach, ich versuch's einfach mal ich versuch's wenn die eben zerstört werden dann soll's so sein so scheiß mal auf das Geld hab ich zuletzt eingesammelt ok ok feuer feuer hier war's hin hier war's hin ich fang jetzt schon damit an ich freue, dass du besser oh, die kosten schon 350 oh, bei den Maiskanonen wird das wehtun ja, hier zum Beispiel der würde jetzt volle Kanne auf die ähm Maiskanonen weißen können so, hier so, hier ja, ich brauch doppelte Sonnenblumen blöd, dass ich die jetzt nicht mitgenommen habe ich hätt so viel Sonnen haben können die kommen schon ach ja ja, dann brauch ich die jetzt schon das war so schnell wie möglich hm, was noch kann ich dich vielleicht mitnehmen ach, Quatsch so hm so jetzt wird erstmal alles dran gesetzt um den hier bauen zu können ich brauch erst die 500 so ja, nochmal 500 für den hier sicher ist sicher nicht, dass dann gleich zwei davon kommen und mich dann richtig nehmen so noch vier Sonnen ach nee ich brauch jetzt 50 mehr oh noch zwei Sonnen ach, der ist noch gar nicht bereit so jetzt aber boah, verpisst euch doch das war vielleicht sogar sehr dumm hm so komm schon nein nein, da kommt noch einer komm schnell 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 gut ah, da ist noch einer boah, die werden ja auch immer teurer ei, 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 ei ei, ei, ei ei, 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 ei ich hab jetzt schon verkackt ja, richtig blöd gelaufen so, jetzt kann ich mich auch mal wieder um das hier kümmern und das was vorne geschieht oder auch nicht so, mal wieder MGs los, töte sie ja ja Mist ja, muss ich machen sonst ist die Reihe weg das alles läuft gar nicht gut was, oh verkackt, 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 alles ist verkackt ja komm schon, irgendeine Sonnenblut ach, irgendeine Maiskanone gut 500 okay weißt du was scheiß doch drauf ja ich kann ja gleich mal auf meinem richtigen Spielstand zeigen, wie weit ich es mal geschafft habe steht da ja immer was ist, okay ja, vom Pater schaffe ich das auch na komm kommt doch alle durch ich werde jetzt gar nichts mehr machen ja, nur noch Geld einsammeln genau, mal schauen wie lange ich mich halte interessiert mich auch oh, ein 50er ich kann gar nicht sehen, wie viel da äh, wie viel Geld ich schon habe ach, 800 830, 840 850, 860 880 880 äh, 70 ja, sie kommen durch ach komm, das dauert nicht so lang bei denen helfe ich ja gerne aus genau, wie wird es jetzt eigentlich bei denen sein komm, der schießt noch einmal dann ist gleich das ganze Ding weg wieso haben die gerade nur so kurz gebraucht für den hier heißt das, die sind mit einem Omnomnom weg komm ja, ja, los, los, los schneller, schneller ich will sehen nee, okay sind sie nicht aber sehr, sehr schnell da lag es gerade daran weil das so viele waren glaub ich nicht sogar die sterben weswegen auch immer magie magie ja, verloren balabalabalabalabaa yes ja, ja, okay fünf Flaggen klick hier dacra nee, da geh ich jetzt nicht hin ja, 22 Flaggen so let's play dann geht's im nächsten Part hier weiter oh, jetzt hab ich schon draufgeklickt dann muss ich das jetzt mitfilmen okay tschüss, bis zum nächsten